Na schön, los! Darwin, wo steckst du? Wir machen sofort einen Abgang. Schon Anzeichen vom SWAT-Team? Noch nicht. Das ist einfach nur merkwürdig, die! Und auch ein ganz klein wenig tödlich. Ich wünschte, Speckles wäre hier. Ich lebe mein Bestes, Leute! Du machst das super, Juarez. Wir alle vermissen Specks. Aber wir packen das. Wir sind fast draußen. Wow! Die Kavallerie ist sowas von eingetroffen. Und weitere SWAT-Einheisen stürmen den ganzen Laden. Hier, Einheit 5. Wir haben Feindkontakt mit... Saberling Haushaltsgeräten! Aaaaah! 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 Die Werte des Raums, in dem du dich befindest, erinnern sich, David. Pass auf! Leute, Saber Sense ist definitiv aktiviert worden. Wenn das Saber Sense ist, verzichte ich auf Haushaltsgerät. Du hast dich in der Küche nie groß aufgedrängt. Neue Spielregeln, konzentriert euch, Leute. Lausche auf, die! Ich hole jetzt den RTV und dann nichts mehr weg von her! Wir werfen mehr Speisen weg, als Mr. Saber und seine feinen Freunde essen. Und diese ganzen Haushaltsgeräte? Das Essen bereitet sich fast von alleine zu. Sag das nicht, oder wir sind bald armeislos. Nichts mehr weg hier! Soll ich euch was sagen? Saber ist um zwei Küche ärmer. Und seine Waffeleisen wollen wir jetzt überbraten. Halt doch einer den Sirup, da soll wohl ein Witz sein! Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Juarez, sag mir, wie ich Blaster befreien kann. Laut Scan kannst du den Kontrollraum am Ende deiner Route erreichen. Von dort aus solltest du Blaster befreien können. Schieße auf den Temperaturregler, um zwischen heißen und kalten Toren umzuschalten. Ähm, Darwin, ich drücke ja nur Ungarn auf die Tube, aber es klingt, als würde was ganz Fieses hier rein wollen. Die Leiste am oberen Bildschirmrand zeigt dir an, dass dir nur eine bestimmte Zeitspanne zur Verfügung steht, um dein Ziel zu erreichen. Darwin, diese Tür gibt gleich nach. Locker bleib in Pilzballen. Darwin ist unterwegs. Darwin, beeil dich. Die Tür hält nicht mehr lang gestanden.